Ocarina of Time vergleichen. Die sehen alle komplett anders aus. Aber in Breath of the Wild haben die zum Beispiel schon direkt gesagt, nachdem Breath of the Wild rauskam und ein halbes Jahr später schon in Tears of the Kingdom angekündigt worden ist, haben die ja direkt gesagt, ey, äh, das ist eigentlich in derselben Location spielt das. Ja, natürlich. Und auf der Hälfte dieses Weges hätte man dann entscheiden können, oh, das ist ja eine Scheißidee, es spielt sich ja genauso wie BOTW, nur mit ein paar neuen Gimmicks. Dann machen wir lieber was anderes. Aber es hat ja keiner gehatet. Es fanden ja alle gut, weil die haben ja gesagt, ey, wir machen, äh, es ist dieselbe Location, aber sie wird halt optisch angepasst auf, äh, keine Ahnung, 100 Jahre später, I don't know. In einer Welt, wo Pokémon so krass hochgewertet wird von den Wertungen, die hat Pokémon, äh, Kame, Siem und Puppa mal auch krasse Wertungen bekommen, weil sie Nintendo-Spiele sind, weil jeder Arsch losrennt und sie sich kauft. Das heißt aber nicht, dass das Spiel perfekt ist. Ich hasse es, dass Leute Theotica zu etwas machen, was es nicht ist. Die Sache, also ich rede jetzt nicht das Spiel ja so als das Spiel, so das heilige Spiel. Ja, viele machen das zu dem Spiel überhaupt, das ist das heilige Spiel dieses Jahr. Ja, aber du sollst ja darauf selbst nicht hören, du sollst dir ja immer deine eigene Meinung vom Spiel bilden, bevor du es dir ja holst. Das ist ja dann immer so quasi die eigene Schultern quasi. Wenn du, wenn du dir selbst zu hohe Hoffnung in etwas machst, dann ist logisch, dass du letztendlich selbst auf die Schnutte fliegst, sag ich jetzt mal. Skyward Sword zum Beispiel war ja auch wiederum von den Locations her komplett anders wie jedes andere Zelda-Teil. Ja, richtig. Das war ein richtig guter Zelda-Nachfolger. Richtig. Und bei Theotica ist es jetzt nicht. Letztendlich, bevor Breath of the Wild rauskam, war doch auch alles anders. Breath of the Wild ist auch vollkommen anders als alle anderen. Nur Theotica ist halt derselbe aufgewärmte Einheitsbreit. Ja, aber da haben die ja das gesagt. Bei Theotica haben die es ja gesagt, es wird eine neue Story geben, die Gegner werden neu gemacht. Das sind keine neuen Gegner. Aber der Schlund bleibt gleich. Das gibt keine neuen Gegner. Ja, doch, ein paar schon. Das sind auch nur größere Bob-Blinds. Ich wusste gar nicht, dass es den Original-Kanon schon in Breath of the Wild gab. Wow, sie haben den Boss geändert. Geil. Die haben ja alle Bosse geändert, oder hast du die gleichen Bosse hier wie in Theotica? Nein, aber die sehen wie in Ocarina of Time. Natürlich, dass du deinen Hauptgegner hast. Bob-Blinds hast du in jedem Spiel fast gehabt. Nein, die sind nur in der Downfall-Timeline. Selbst in Twilight Princess gab es Bob-Blinds. Zum Beispiel, wann gab es einen Phantom-Gannon? Äh, in Ocarina of Time. Das ist ein Bosskampf, der aus dem ersten großen Wald-Dungeon. Der fünfte. Moment, da hast du mit einem Pfeil und Bogen auf ihn geschossen. Da musst du mit ihm ein Schwertkampf haben. Es ist trotzdem Phantom-Gannon. Es geht ja nicht darum, dass sie das gesamte Spiel neu machen müssen. Die haben aber schon einiges verändert. Sechs Jahre Entwicklung dauert halt trotzdem seine Zeit. Für sechs Jahre Entwicklung ist es eine Sauerei. Es ist halt einfach so. Warum sehen Leute das nicht? Das kommt dir vielleicht so vor. Aber du weißt ja nicht, wie kompliziert diese Entwicklung darin ist, dass du eine neue Mechanik einbaust. Das ist nicht einfach so leicht. Also haben sie sechs Jahre für die Baumechanik gebraucht, auf die ich verzichten kann. Ja, aber andere zum Beispiel nicht. Weil damit haben die geworben, mit unter anderem. Da hieß es von vornherein. Ey, wenn du bereit bist, die TOTK zu kaufen, sei auch damit bereit, dass du jetzt eigene Maschinerien bauen kannst. Weil jetzt mehr auf Schika-Technik angegangen worden ist. Der Trailer kam einen Monat, bevor das Spiel rauskam. Von vornherein. Ja, natürlich. Das Spiel war sechs Jahre angekündigt. Ja, die haben doch von vornherein gesagt, nicht den Trailer. Die haben ja aber in dem ersten Trailer dir gesagt, ey, es wird so eine Schika-Technik geben. In POTW gibt es auch Schika-Technik. Nein, in den Tears of the Kingdom-Trailer wurde gezeigt, dass es richtig um die Schika-Technik geht. Ohne jetzt die, um TOTK zu spoilern, darf ich erzählen, inwiefern TOTK auf BOTW eingeht? Also es spoilert nichts von TOTK. Nee, kannst du ruhig sagen. Gar nicht. Alles ist egal. Wo sind die Schreine hin? Wo sind die Türme hin? Wo sind die Titare hin? Ist das dann nicht auch nochmal gut? Nein, was hat denn das dann mit BOTW 2 zu tun? Dann hätte man das Spiel komplett neu machen können. Du hast doch gerade gesagt, dass es quasi das Gleiche ist. Wenn doch so viel weggenommen worden ist. Du musst doch auf deinen Vorgänger eingehen. Du kannst doch keinen zweiten Teil von etwas machen und nicht ein bisschen auf den Vorgänger eingehen. Aber wozu, wenn Link doch im Vorgänger alle Schreine gefunden hat? Wo sind die hin? Sind die einfach weg? Zerstört. Ja, warum? Das hätte keiner im Nebensatz sagen können. Die ganze Welt wurde doch zerstört. Da gehen doch Planeten auch in den Himmel und alles. Vor allem ist schon die Hälfte der Schreine war doch schon sogar im Breath of the Wild untergegangen. Wann denn? Ganz am Anfang, bis du den ersten Schickerstern wieder einsetzt. Die sind rausgeploppt. Die sind rausgeploppt. Ja, aber die waren ja vorher auch oben, bis die untergegangen sind. Und dann kloppen sie wieder rein. Die Titanen sind halt auch tot. Die Türme sind auch einfach wieder weg. Und es redet auch kein Mensch mehr drüber. Darum ging's doch darum. Die haben ja die Technik erst entwickelt in Breath of the Wild. Die Technik wurde entwickelt. Früher wurde ja Ganon auch nicht mit Titanen festgehalten. Das hat man irgendwann in der Breath of the Wild-Story eingefügt. Und dann hat man irgendwann gesagt, ey, keine Ahnung, in Tiers of the Kingdom brauchen wir halt die Titanen nicht mehr. Nein, natürlich braucht man die nicht mehr, aber sie können auf jeden Fall als Überreste irgendwo in der Ecke liegen. Die beiden Spiele sind so weit voneinander entfernt, dass es keinen Sinn macht, dass sie sich so ähnlich sind. Alle Gräber waren doch auch schon unter der Erde. Alle Schreine. Wenn du etwas nicht wartest und alles, ist doch klar, dass es einfach mit der Zeit verschwindet. Wenn du es nicht brauchst, dann bist du sie. Also ich stehe jetzt ein Auto vor die Tür und das ist in drei Jahren weg. Weil ich es nicht warte. Ja. Nein! Natürlich, einen Abschleppdienst holst. Einen Abschleppdienst holt es. Und wo bringt er das hin? Das Auto existiert dann trotzdem noch. Es muss nur woanders sein. Ja, aber es ist nicht mehr... Richtig! Und das ist doch bei den Titanen auch so. Die sind unter der Erde. Wo sind die denn hin, wenn es außerhalb von Hyrule nichts gibt? Unter der Erde. Wir reden nicht von drei Jahren. Wie denn, wenn es jetzt den Untergrund gibt? Wir reden hier von über hundert von Jahren. Dann mussten die doch im Untergrund liegen. Ja, aber du gräbst auch jetzt durch eine halbe Stunde nach dem Drextitanen. Nein, es gibt doch den Untergrund. Unter Hyrule ist alles kaputt. Wer sagt dir, dass die Titanen unter Hyrule kamen? Wo siehst du denn sonst die Erde? Wo gehst du denn hin, wenn du unter der Erde bist? Der eine Titanen ist im Vulkan, der andere Titanen ist in der Wüste, der dritte ist in der Luft. Jedes von den drei macht Sinn. Wenn das eine in den Vulkan abstürzt, kriegst du es nicht mehr zurück. In der Sahara fehlt so viel Sand jede Stunde. Die haben da jahrelang in dem Vulkan gelebt. Warum sollte die Erde das jetzt nicht mehr aushalten? Weil keine Sau da reinkommt. Versuch immer noch zu stehen. Ich wusste gar nicht, dass Link Lava fest ist. Ja, ich wusste gar nicht, dass Link Lava fest ist. Wieso Link? Der Titan war da drin. Ja, der Titan ist der Lava dann. Dir ist bewusst, dass der da wirklich im Vulkan gewohnt hat, oder? Ja, aber wer fischt ihn raus? Niemand, das Ding geht von alleine wieder raus. Das ist irgendwie witzig. Alle tiersofte Kinder kriegen. Du sollst den ja auch nicht kriegen. Du sollst irgendwo seine kaputte Außenhülle in der Ecke liegen sehen, damit es überhaupt irgendwelche Andeutungen gibt. Aber wenn er doch in den Titanen reinfällt, weil er nie benutzt wird und irgendwann sich abschaltet... Und warum sagt er Schrauben, wenn er in dem Vulkan liegt? Das Ding besteht nicht aus Schrauben. Klar, da sind überall Schrauben. Das Ding besteht aus Stein gefühlt. Es gibt... Oh, Mann. Oh, Junge. Wieso diskutiere ich eigentlich mit jemandem, der überhaupt nicht Ocarina of Time, Majora's Master oder irgendwas gespielt hat? Ich habe Twilight Princess gespielt. Majora's Mask habe ich ange... Ich habe viele angezockt, aber nicht durchgespielt, leider. Hat leider seine Kunde gehabt. Heißer, wie ich ein Lach kam. Deswegen hole ich mir... Deswegen spiele ich doch jetzt gerade alle Spiele. Scheiße, was ich... Boah, hey. Ich könnte so... Was denkst du, wieso ich aktuell Zelda 2 spiele, wenn du es schon nicht durch hast? Ich weiß, was drin passiert. Es reicht. Ja, wow, super. Da ist ein Krok. Ich weiß auch, was in den ganzen Feierigen Zeit passiert. Hast du den Krok? Was? Ich habe doch meinen Krok schon längst angesammelt. Den, wo du den Stein in den Steinring schmeißen musst. Da habe ich jetzt keine Ahnung. Ich laufe hier einfach gerade random rum. Da an dem See ist irgendwo unten so ein kleiner Steinkreis. Wenn du dann Stein reinschmeißt, kriegst du einen Krok. Trittst du jetzt hier, wo ich jetzt bin? Ja, genau. Irgendwo ist da so ein kleiner Steinkreis. Ich glaube, auf der anderen Seite. Ja, da rechts. Ja, wenn du da einen Stein reinschmeißt, dann kriegst du einen Krok. Äh. Geht besser, wenn du vorher eine Eisplattform kurz davor platzierst, dann fliegt der Stein da so ein bisschen drüber. Spoiler mich nicht! Ja, dann probier es zwei Stunden. Verdammt. Kann ich einen kleinen Stein nehmen? Ich wäre mir lieber. Nein, ein kleinen Stein ist ein Pokémon. Das ist das falsche Spiel. Ja, aber ich will einen kleinen Stein. Du kriegst nur einen Onyx. Ich will keinen Onyx. Onyx ist scheiße. Versuch mal, das Onyx da reinzuwerfen. Haha. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Junge. Oh, super, toll. Jetzt ist doch das passiert, was ich mir da habe. Geh doch weg, du spottene Sau. Nein, nicht dein Schwert. Nee, okay, Leute. Bevor ich jetzt noch weiter die Krise wegen Zelda-Spielen bekomme, die ich gar nicht so gerne mag. Wer von euch beiden will geradet werden? Ich muss nicht. Kannst Party nehmen. Also da quittet sie ihn das noch da, oder? Aber Moment mal. Man braucht doch nicht zwingend einen Stein. Ups. Man kann doch auch mit sich reinspringen. In die? Wo bin ich denn jetzt? Ja, ich glaube eigentlich schon. Ich glaube, das schon mal gemacht. Haube nicht. Ja, das war aber ein Blätterkreis. Der war aus Blättern, nicht aus Steinen. Nein, nein, nicht Blättern. Ich meine wirklich so einen Steinkreis. Ich glaube, du musst einfach irgendwas reinplätschern lassen. Warte mal kurz. Ich probiere es mal kurz aus. Stein reinwerfen. Warte doch kurz. Der will einfach... Naja, das war zu... Das war Dings. Zu gering. Oder war es wirklich ein Stein? Ich weiß es nicht, Leute. Wie gesagt, ich habe schon so lange kein Breath of the Wild mehr gespielt. Es ist ein Stein. Lass es mich ausprobieren. Wo ist denn hier Dings, Mann? Wo ist denn die Fähigkeit? Ich habe die ausgeschalten. Nein. So, Leute. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal den Stream für heute beenden. Ich denke, ich werde nachher dann nochmal Stream kommen. Aber dieses Ganze... Das ist mir jetzt hier zu viel Chaos. Auf den Kopf kriege ich das nicht mehr hin. Das ist nix mehr. Deswegen Rain mir jetzt. Und ich wünsche euch allen ja... Lass mir ruhig. Ich versuche gerade was herauszuwenden. Jetzt können wir auch gleich ein Anime starten und dann mal gucken, ob du Anime erratest. Ja, wie gesagt. Vielleicht gehen wir nachher nochmal live. Sims 4, dann bekommst du besser Ordnung rein. Ja, meine sechs Kinder sind besser zu managen. Fuck. Dirk. Okay. Das hat man wieder verfehlt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderschöne gute Nacht. Beziehungsweise, ja, einen schönen Tag. Ich bin jetzt ein bisschen angepiecelt, dass ich es jetzt nicht geschafft habe. Aber ich will jetzt auch nichts alleine anfangen zu spielen. Und ich will jetzt auch Dark nicht weiter beim BOTW-Spielen zu gucken. Also, ja. Ist alles ein bisschen blöd gewesen mit der Planung. Wir hätten vielleicht über Nacht die Spiele ein bisschen länger ziehen sollen. Aber naja. Dann machen wir nachher noch ein bisschen Sims und das wird cool. Ich hau mich jetzt erstmal hin. Und ja. Weil zwei andere Streamer... Anime OP. Ja, das ist halt ein bisschen boof. Anime Openings Quiz wäre geil. Ja. Aber ich weiß nicht, was die alles für Animes geguckt haben. Wenn du mit deutschen Animes ankommst, gewinne ich. Okay, Mama. Nein, deutsche, die kann ich gut. Ja, trotzdem gewinne das ich. Oh, ich werde verfolgt von irgendeinem Heini. Junge, wieso kannst du denn bitte im Wasser gammeln?